hörst du das die Natur holt sich zurück was ihr gehört hoffen wir mal dass die Tunnel der Unterbahn nicht ebenso überflutet sind was habe ich denn gerade angezeigt oder was wurde mir gerade angezeigt Schlamm morschen kann man auch immer mitnehmen oh hier komme ich nicht runter oh wie flüssig das jetzt geht das ist schon ziemlich geil ich kenne diesen Geruch bleib hier wo haben wir damals Jeros Frau gefunden Jeros Frau wo haben wir ihren Sarg damals gefunden bitte tu mir den Gefallen und antworte mir tu es einfach ja stimmt dann bist du es wirklich das wüsste ich selbst gern sieh es dir einfach selber an ich warte hier was ist denn das jetzt wieso okay und irgendeine Erklärung dafür es es muss eine Illusion sein ein Trugbild ja natürlich das muss es sein alles andere ergibt keinen Sinn beim weisen Eremiten sie lassen auch wirklich nichts unversucht das hier das ist einfach falsch mit dir zusammenzuarbeiten ist auf jeden Fall ein Erlebnis gelinde gesagt gehen wir einfach weiter okay warte mal habe ich nicht noch ein paar ah guck mal ich habe doch noch ein paar Einungspunkte und jede Menge Handwerkspunkte und so weiter äh ja ähm ja kann ich nachher mal benutzen sieht ziemlich geil aus komm zum nächsten oh meine Festplatte macht gerade einen Abgang aber so richtig heftig also einen richtigen Abgang nein falsche Taste nicht nicht dö unnecessary ein kann es er nicht äh Estados Mexican 往 hat KI-Aussetzer? Bleib einfach hier, ja? Komm... Okay. Was? Der hatte nichts dabei? Der hatte auch nichts dabei? Wieso ist denn jetzt hier wieder Glimmerstopp... ...in der Umgebung? Okay, hier geht's nicht weiter. Hier haben wir eine Lok. Volltreffer! Das muss diese Unterbahn sein. Und sie ist noch intakt. Naturgewalten und Verlorene zum Trotz. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. Ja, lass... lass mich erstmal... Wie es aussieht, müssen wir erst das Tor öffnen und den Mechanismus des Bahnhofs wieder in Betrieb legen. Ich seh mir das hier. Ich geh... Ich geh mal nach hier oben. Oh, Glimmerstopp. Hm. Ah, guck mal hier. Ein Hebel. Der zweite Hebel. Der zweite Hebel. Der dritte Hebel. Der dritte Hebel. Sieht... ...verdammt nochmal... cool aus. So. Oh mein Gott. Da ist Sirius Hallo Kommst du mal her Ähm, ich brauch mal eben kurz Äh, mein Feuerelementar So Mein Lieber Pfeffer Da oben ist noch einer Ganz genau Äh, Genesungs- Ach Jasper, komm bleib doch nicht da hinten Ich bin Dummerweise Oh, der war an ihm, no? Oh, der war an ihm, no? Ich muss sagen Dieser Feuerelementar Hilft Ziemlich, ziemlich gut So Steig du schon mal ein Ich sehe zu, dass ich den Zug irgendwie zum Laufen bekomme Ah, Jasper Ah, Jasper Oh, der war an ihm, no? Jasper Ernsthaft Oh, ne? Oh, ne Scheiße Das ist doch Schisse Ah, jetzt muss ich von hier wieder kämpfen Ah, Magie So Feuerelementar rufen Hm Hm Okay, okay. Komm. Was? Wir haben nicht mehr die Mana. Bam. So macht man das. So. Die habe ich jetzt alle. Zack. Ach, die waren alle leer. Gut, dann gehen wir halt hier runter. Ich hole mir hier die paar Tränke raus. So. Jetzt muss ich ihn erstmal quatschen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. So wie es aussieht, müssen wir erst das Tor öffnen und den Mechanismus des Bahnhofs wieder in Betrieb nehmen. Ich sehe mir das hier an. Kannst du dich umsehen, ob du irgendwie das Tor öffnen kannst? Ja. Eins. Zwei. Komm schon. Drei. Drei. Kannst ja schon mal ein bisschen kämpfen. Was? Wir kämpfen? Das sehe ich aber nicht so. 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 Gut. gut äh gegen wen kämpfen wir denn noch? ahhh so den hat's wo ist denn der letzte jetzt? ahhh da oben bist du was für kleine Arschlöschel da oben bist du ahhh lass mich doch den ganz machen so zack das sieht aber ja ziemlich gut aus kann man so sagen wieso habe ich jetzt aber nur 27 Frames ich habe irgendein Problem wieder mit ja ich werde nochmal mal gucken wie ich das vernünftiger aufnehme ähm denn ich habe ziemlich massive Frame Drops in OBS weil extreme Frame Drops ok 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 gut wir sehen uns gleich wieder ja 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 ja